ja so leute kommen wir fangen heute mal zu zweit an die große gruppe ist eröffnet von uns bzw der korn ist wieder mal offen von der mass effect 2 final gruppe die wir hatten zur finalen session und momentan ist als einziger dabei was ich eventuell im verlauf dieser session noch ändern können ja morgen ist leider tot hat sich für die geno frage geopfert aber das teilmittel ist auf jeden fall jetzt frei zum preis leider wieder mal schauen dass auf morgen habe ich jetzt eine habanero habanero stück genau auf meiner und meinen käse chip drauf gemacht mal sehen wie das kommt fandest du morgen eigentlich dann kannst du aus mass effect 2 noch das war spielt ich fandest du mordet eigentlich den arzt da kannst du auch aus mass effect 2 sehr nett er hatte wir haben informationen gehabt die sachen im objektiv betrachtet und sich eigentlich auch für die kür immer sehr eingesetzt und hätte ich sehr schade finde dass er als er war dass er sich opfern musste und so jetzt nicht nur im worten sondern der stimmte hat ja noch gesprungen letztes mal habanero ist können bis 3 bis zu 350.000 google haben ach du scheiße wir fangen mit der zeit quest an ich habe zwei tabs offen was es betrifft das ist ja nicht schief geht wir gehen zuerst zu einer serveres jäger basis dort muss ich was bestimmtes aktivieren dann bekomme ich was speziell sind dann kann richtig fest auch abschließen und haben wir die rieber nach so ein traum jetzt mal gehabt wieder mal weiter junge wieder vorkam klar das hat sich was ins gedächtnis richtig eingebrannt so langsam kommt die schlaufe naja sie hat sie hat doch schon ziemlich halbträume dass sie kommt noch mal dass dieser krieg zu unseren gunsten entschieden wird und ich kann sagen dass die fucking rieber dafür büßen werden es wird tatsächlich leute mit mass effect an dräume da weitergehen da ich jetzt ein besitzer neuer teil aber es wird eine komplett neue story werden und komplett neue aufwertung weil es ist xbox also es ist die andere seite aber naja habt mir da schon was ausgedacht aber dazu komme ich dann wenn es soweit ist es wird auf jeden fall sehr nice und es wird wenn es geht wieder rein so viel kann ich schon mal sagen frauen seit dem mass effect wird weiterhin stark vertreten sein wird so wir gehen auf nur wir ja ich glaube da waren wir schon ab und zu mal gewesen ich glaube ja ich glaube jetzt klingelt es wieder nur wir ja das war doch der eisplanet damals benesia mass effect 1 das war doch hier wo wir quasi lehrers mutter erledigen mussten ich denke mal wir machen mal wieder ein frauenteam und neben der und er die mit edi das kann eigentlich ja weg meistens gar nicht mehr müsste ich auch mal hier nachlesen aber die expertin ist ja leider momentan nicht da und ihr müsst ihr das wissen aber ein berater das ist eigentlich auch ganz gut drin stehen sie hat halt dieses tollen ich könnte mal mein sturmgewehr aufgeräten ich könnte die kapazität müssen erhöhen ich würde es auch präziser machen zumindest ein bisschen aber vor allem der schaden ist wichtig und die feuergeschwindigkeit das ist gerade mal ein fitzelchen was sich da bewegt er macht kapazität auch das ist es ich glaube das ganze als einsicht jetzt machen so kräfte ich würde was für gegner hast du bisher so kennengelernt waren es mehr so ob er das sind zu den oder also so viel ja also es waren ja ich würde mal kann die ballen so als viecher bezeichnen weil es war eine so art mutation ich würde noch mal 1 auf grüße auf das gruppe machen ach ja schon ein bisschen anders hier als ein maus effekt aber mal erhöhte erhöht gesundheitsschaden um fünf prozent erhöht schild und barriere schaden um 20 prozent was ist drunter verbessert die chance als zielte betäubung 25 prozent ich würde meinen das obere sieht besser aus weil dann fühlt sich der balken immens ja deswegen dann fruchten die schüsse mehr ich muss zwar nicht zustimmen wir haben hier das upgrade system in mass effect 3 wesentlich besser jetzt ich schätze mal dass auf dem eisplaneten das sind toniiten sich umtreiben werden in der kälte das heißt das rupte munition ist gar nicht mal so falsch und selbst wenn dem nicht so ist es ist es ist er hat es jetzt eigentlich vorunter hast du noch die prächtigung wie die weihrechten die weihrechten neuland warte mal was ist denn das jetzt neuralschock und was macht ihr kurzzeitig handlungsunfähig machen ach so einfach überlastung das schild auflade tempo ist was ist oben machen sie schwächere organische feinde kurzzeitig handlungsunfähig ne das klingt irgendwie ja unten also lieber der tempo schaden gegen barriere und schilder bei die schwächeren kannst du ja direkt abholen erhöht schaden auf 50 prozent trifft ein ziel mehr innerhalb von acht metern beursacht aber 60 prozent weniger schaden unten was ist dann ja die singularität für die gegner aus ihrer deckung das ist eigentlich gar nicht was stimmt das hat sich von ihrer mutter noch ja macht das so schnell aufladen und was ist oben und zielen in der luft schwierig also wie viel schneller ist das 30 prozent schneller als ein ganzes stückchen ich würde sagen unten ja so erweitert die singularität zehn sekunden lang um 35 prozent das sind lassen sie die singularität am ende ihrer wirkzeit explodieren damit in einem radius mit metern unheimlich viel schaden verursacht wird oh ja definitiv ja du musst du wissen die gegner werden ja angezogen leider fehlt uns ein punkt dazu ja dann ist es das nächste was du nimmst also die gegner werden ja angezogen das heißt die kriegen die volle scheiße das richtig schön und das muss ich sagen ist wenn ich mal jetzt alle drei maßeffekte vergleiche bisher der beste load screen überhaupt da kann man jetzt auch noch besser werden vom load screen her oh gott jetzt vielleicht die load screen schon na obwohl es gehört ja auch zum spiel dazu man will es ja nicht verachten ja außen vor lassen ja gut damals bei der psx oder da war es teilweise ziemlich lang wir wollen sie einnehmen aber ihre luftabwehr ist zu stark für einen frontalangriff der preis dafür wäre zu hoch wie soll ich also vorgehen durch die hintertür rein die verteidigung deaktivieren dann schicken wir truppen viel Glück Commander ich habe Sichtkontakt über dem Hauptlandeplatz ist eine kleine Plattform ich kann sie absetzen aber es muss jetzt sein ziehen wir es durch für die Quest suchen wir eine Konsole also für die SideQuest in der SideQuest nochmal danke an Vanni dass du mir diesen Spieleberater empfohlen hast das ist echt nützlich um nachzuschlagen für so kleinere Kwesten ist wieder auch schon sofort mitten ins Gefecht wir haben uns gesehen na die Töste oben ab Kopfschuss bitte ja mach es nämlich doppelt wenn die sich bewegen ist meistens ein bisschen schwieriger als wenn sie stehen bleiben ja ich bin auf Kopf ich bin einmal ach so kreis seit dort ja ich liebe es ist ich jetzt ich habe mir das auch nicht gar nicht mehr gewinnen ja das ist wieder so ein vollautomatische das ist ne 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 hat also auch mehr nahe und das hat doch die Paprika die sind mehr für nahe Dingens er ist von der es ist ja nicht so angebracht dieses eigentlich passt das andere teil doch mehr zu der sniper aber gut macht sich trotzdem ganz gut gut hier draußen schmack keine konsole weiter und bereit die scheint wohl logischerweise drin zu sein sollten die zwar noch lang ist die frage ich kann ja manchmal nicht zurückgehen immer schön umschauen da lang geht es weiter im hauptgebiet und das muss die konsole sein oder wer weiß ob es die konsole war oder nicht kann die schaden trotzdem zu aktivieren ein paar credits hast du auch das ist ja teils auch so groß gespielt schießt von rechts ich springe da drüber oder arbeite mit dem Eck hier ich glaube ich kenne mich da aus wie man die gegner richtig handhaben meistens der ist hin definitiv oh ja das triggert was umschauen das ist ja auch sehr angenehm aus das ist tatsächlich der Planeten Overea auf dem wir damals Materialchen Minesia bekämpft haben das war der Moment ja das war sogar ein knackpunkt im marzeffekt denn hier auf dem der habe ich zum ersten mal dann gelernt Fähigkeiten zu benutzen was mir durch übrigens auch deine Hilfe von damals ja den Arsch gerettet hat nachgegangen geschehen ich will ja nicht dass das schmacki da 20.000 mal stirbt ja und heute sozusagen einigermaßen so skill angesammelt in dem spiel nach drei teilen war ja auch schlimm wenn nicht habe ich gerade noch was gesehen da du spielst du das auch auf mittel oder ja ich glaube sogar hier gab es keinen Schwierigkeitsgrad man konnte nur die Klasse auswählen das weiß ich gerade nicht zumindest nicht mehr wie es in Andromeda wird das wohl ja noch nicht verraten man sich neid halt immer dazu auf sehr hohen Schwierigkeitsgrad Wetteran ja von euch beiden da ihr die sozusagen ja die Spezialistin ist was zur Technik betrifft würde ich sagen wir mal schicken wir die daran mhm edi ist ja eine Syntonoid in also quasi ein Cyborg heutzutage früher war es einfach nur so ein Kugel nein kein Cyborg ein so ein Void ein Syntonoid ich muss das so vorstellen das ist quasi so ein Roboter mit einer sehr sehr schlauen KI Kuh wir machen die 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 in die vor das Zu viele. Feinhaufen. Gut. Okay, ihr habt es so gewollt. Kommander, ich wurde aus meiner Deckung vertrieben. Ziehe mich auf minimale Sicherheitsdistanz zurück. Kein Problem. Jetzt verschwinden Sie von dort. Warte bis Sie alles gesichert haben und werde dann der Einsatz ver... Alter Schwedis, der Tipp scharf. Boah, hoho, hoho. Boah. Ja, da haben wir Neuros, ja. Boah. Wir machen, glaube ich, dieses Raptor-Munition an. Hm. Ja. Nein, Verhoogt. Vielleicht war das Visier auf der Woche... Aber, ähm... Ähm... Die haben ja Schilde, oder? Nein. Ja, haben sie. Geht auch in Deckung. Geht auch in der Scheißrolle. Ja, hab mich gerade aus der Deckung gewollt. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja. Ja. Okay, die... Äh, Lara, du gibst mal... da vorne das ist die Seite Alter meine Frise Olli er will nicht noch aber die Rüste da sind auch Chalapenos drin Schau schnelle und starke Schärfe und langsame in der Schärfe funktionieren zu einem ja Schildtypen sind scheiße Schnapper den mal weg ist du eigentlich gerne Scharfschmacki ja aus geht's also so dass es noch angenehm ist oder ja also würdest du mein Tipp gar nicht mehr essen wollen Kielschneider ist der Deal zu scharf oder ja war ja echt definitiv neuer Tag vor kürzere Zeit so eine 700.000 so wie ich habe gehört zum Vergleich der Kielschneider der 800.000 okay das verstanden dann antworten ziehen zusammen so Community Frage ähm wie es dir eigentlich auch gerne Scharfschmacki und äh wenn ja wie scharf es dir denn ja und diese Frage ja beendet auch schon diesen Part das war es für diesen Part von Mass Effect 3 beim nächsten Mal geht es dann weiter bis dann Leute Tschüss Tschüss Vielen Dank.